Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Prison SKP. Ja, aus der Gefängniszelle sind wir als letztes ausgebrochen. Und jetzt kommen wir in die Sicherheitszellen. Ja gut, hier geht doch die Story weiter. Wir nehmen einen Stein, wir nehmen das Brett. Steht etwas auf der Rückseite geschrieben. Kein Grund, dort hin zurückzugehen. Ah, ja, ja, okay. So, gehen wir doch rechts. Mechanisch verschlossen. Okay, dann gehen wir halt nach links. So, das ist ein Zettel. Ich nehme das Seil mit, ich nehme die Schere. Sonst haben wir erstmal nichts. Oh, ein Kontrollraum. Wir haben Stöcker erhalten. Ach, du ahnst es nicht. Wo könnte das sein? Ah, halt, kann ich das Brett noch mitnehmen? Ja, kann ich. Vielleicht den Eim auch mitnehmen. Okay, das ist irgendwas mit, äh, drei Brettern. Wir nehmen die Schere und schnibbeln das mal ab. 5, 0, 4, A. Was ist 5, 0, 4, A? Ich habe keine Ahnung, was... 5, 0, 4, A. Ah, jetzt habe ich. So, die 4 haben wir. Jetzt brauchen wir noch 500. So. Ähm, 400. 25, 50, 75. Ja, 504, richtig. Jetzt ist die Tür da auf. Ha! He, 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 he. I am the best. La, 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 la. Ah, da ist das auch. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Können wir... Sieht aus, als würde es auf die Wand hinweisen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich brauche einen Zettel. Ähm, 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 kreis, 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 kreis und kreis. Okay. Ha! Oh, I'm so damn good. Wahrscheinlich bin ich hier gleich sogar schon fertig. Okay. Das war eine Unordnung. Kann ich das Klopapier mitnehmen? Wir haben es schon einmal gesehen. Ja, das da an der Wand. Okay. Okay, ich nehme mal kurz einen Hinweis. Kann ich das Tuch nicht davor hängen? Fertigen Sie etwas aus dem Seil, den Hölzern, Stöckern. Wo soll ich denn hier bitte was anfertigen? Hier ist nicht... Ah, jetzt... Jetzt habe ich... Kapisch. Jetzt habe ich auch eine Leiter. Eine provisorische. Ja gut, woher soll ich das denn? Dass man das noch an dieser Werkbank hier machen kann. Und jetzt können wir auch raus. Das ist zu gefährlich. Ja gut, so geht es natürlich. Yay, wir haben es geschafft. Sicherheitszellen fertig. Das war ja jetzt richtig, richtig fix. Aha. Und im nächsten Part machen wir den Ostflügel. Bis dahin. Auf Wieder. Tschüss. 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 Tschüss.